Musik Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary Wir sind hier im Tempel von Kotzmogo, ok Kot, ne Katmogo, ach, Katmogo genau, was hier irgendwie kaum einer mag, kann aber lustig sein, naja gut Auf die Bitte hin, werde ich dieses BG im T2 Palaset spielen, mit der Unhaltensklinge normal, passt ganz gut dazu Ja, sieht das, das Problem ist halt, ich meine, es sieht ja schon geil aus, aber es tragen halt so viele und hat sich dann doch irgendwie ein bisschen ausgelutscht Das ist ähnlich wie mit dem T6, die alle Palasets, die irgendwie, sag ich mal gut sind, die tragen so viele und dann wird es auf Dauer langweilig Aber gut, ich gehe dem Wunsch nach, ist ja auch kein Problem und laufe dann jetzt mit dem T2 rum Sieht ja auch schön aus, habe ich gestern schon gemacht, kann man im Stream ja sehen, von gestern auf Twitch Ist halt trotzdem, ist trotzdem schön natürlich, ne Äh, was hat sich geändert? Die Talente soweit haben sich hier nicht geändert Ne, das ist alles gleich, ich habe aber folgendes gemacht, ich habe jetzt wieder die Doppelinsigni drin Und ich habe das gemacht, was auf EU-Seite die ganzen High-Rated, äh, Arena-Retris machen Äh, ich habe zwei Ringe, Vielseitigkeit Mastery, also PvE-Ringe und die Halskette mit Vielseitigkeit Mastery Äh, verliere insgesamt, ich glaube 80 oder 90 Stärke, bisschen Ausdauer, es ist auch alles nicht so die Welt Aber ich habe halt drei, äh, zwei Stats drauf, äh, in dem Sinne Vielseitigkeiten Mastery, die einfach besser sind Und ich bin jetzt bei über 41% Vielseitigkeit, das ist schon ganz interessant Ja, ich werde auch gerade schon angeschrieben Werd auch gerade, werd gerade genau deswegen angeschrieben, aber gut, das, äh, ja Werd ich wahrscheinlich so direkt nicht erklären können, schauen wir mal, was haben wir hier Ich habe keine Empowered Seals drin, werd aber trotzdem, okay, der nimmt die Und die da drüben, meine, die nimmt auch einer Ich werde aber trotzdem die Siegel wechseln, zwischendrin, also nicht wundern Einfach um den Spielverlauf doch vielleicht so ein bisschen optimieren Ist zwar jedes Mal ein Global, ach, oh, scheiße Geht so schon gleich ab, aber es ist halt dann doch ganz angenehm irgendwo Je nachdem, was man da spielt, dann kriegen wir den mal ins Gesicht Wenn man kickt, kriegen wir stun, jetzt können wir gleich abhauen Ja, wir kriegen nämlich jetzt nur ins Gesicht Wallis up, Heal, gleich mal aufs Heal-Siegel wechseln und heilen Ist hier eigentlich irgendwo ein Gegner, da oben kriegen wir den Den Rogue Oh, jetzt können wir hier Können wir dem noch irgendwas weh machen Oh, äh, jetzt bin ich gerade überfordert Ist schon eine Weile her, wo ich aufgenommen habe Oh, den können wir doch töten, oder? Ach, fuu Jetzt werden wir sterben Na, doch nicht Ja, scheiß Hunter da um die Ecke Jetzt dann mal am besten mal, dann töten wir ihn jetzt Ja Jetzt töten wir ihn, da ist der Mage dran Oh, da, Freedom weg hier Richter Teil, ja Hammer, äh, der braucht, wo ist er? Okay, haben wir ihn selber Ähm, ja, ich hab jetzt halt auch hier das Heilsiegel an Also, Siegel der Einsicht Das ist jetzt eigentlich Eigentlich ist es suboptimal Aber, das sind so Kleinigkeiten, die man dann mitnimmt, ne? Und da ich jetzt die ganze Zeit gekämpft hab Ich komm vom Gegner eh nicht los Wenn jemand Ranged-Angriffe hat, dann bringt mir das eh nix Hier kann ich ein bisschen Äh, so schön um die, um die sogenannte Pillar laufen Den Stun mal Hat er schon gestunnt Jetzt nochmal hinterher Der kriegt den Hammer Der kriegt Opferung Okay, der ist tot, der hat Opferung Warioa Stunnen wir mal Ah, Rogue ist noch da Jetzt kriegt der Rogue nämlich die ganze Zeit Damage Okay Wir machen mal den Richtspruch auf uns Heilsiegel wieder Und jetzt gucken wir mal, ob wir den töten können Ja Jetzt gucken wir mal ein bisschen heilen hier Da ist der Hexer Gegen manche hilft es wirklich Also, es ist ganz kurios Jetzt hab ich einen Kick gefailt Stun Er ist schon gestunnt Aber der Hexer wird zunächst mal groß kommen Wir gehen eh auf den Hexer Äh, auf den Krieger Können wir da die Leute ein bisschen ziehen Den auf jeden Fall Wo ist denn der? Shami Ach, der wird angegriffen Decay Bestimmt aber gleich Den heilen, genau Ich lass das Healsie Also ich hab auch gemerkt In letzter Zeit Äh, seitdem ich Was machen wir? Ich dachte gestern oder so Äh, mit einem Healsiegel Komm ich eigentlich Komm ich persönlich zum Beispiel ganz gut klar Der Hunter da kriegt einen Stun Oh, primär Wings Freedom Danke für den Kick Nein, jetzt bin ich in der Trap Scheiße Können wir den Krieger vielleicht nochmal Ich hab nichts zum rauskommen Das Ding bringt ja nix Der braucht einen Heal Der braucht noch einen Heal Da ist der kleine Hunter wieder Komm's on Geben wir dir mal Wall Jetzt hab ich dem Äh Krieger Sack gegeben Für den Fall, dass die Trap kommt Vom, äh Hunter Dass ich dann gleich wieder raus bin Stun Oh, jetzt gibt's hier Damage Wollen wir das sehen kann Da ist der eine down Ich hab Mit der Rechtschaffenheit drin Jetzt kriegt der einen Stun Der stirbt jetzt Heilen brauche ich mich nicht Der stirbt vorher Na Na komm Zack Boah, das gibt's doch nicht Oh Na geil, hab ich nicht Den wollte ich jetzt trollen Als Reserver Oh, der braucht Heal Ja, Rogue Heal-Siegel Es sind jetzt nur 5% Heal Die haben mehr gekriegt Aber die kriegt da mehr Ah, sogar kein Schurges, Jan Le Hand der Le Hand der Ich lass doch jetzt das Heal-Siegel drin Das bisschen Heal wird man nämlich brauchen Der Hand Ja Seed of Corruption in den Zergs Das hat mal Äh, in Ding gemacht In Cutter hat man das glaub ich gemacht Oder nicht Ging aber noch nicht mehr jetzt Oh, aber Der braucht Opferung Hat der Bubble an? Ach, scheiß Auf den falschen Und Hunter hier Na, da kann ich niemandem groß helfen Freedom of mine selber Ich lass es drin Wahrscheinlich den Triple Ausschmeißen Kriegst jetzt einen Stun Und stirbst du halt jetzt Eins, zwei Genau Und terminate Oh, dann holen wir uns mal die Kugel hier Where is it? There is it Guck mal, auch mal ein paar Bündchen Wie steht's denn? Oh, wir sind jetzt hin vorne Was haben wir? Knapp 900 Die haben 480 Ist das ein Rogue? Ne, ne, Freundchen Scheiße, komm her Zack Da geht er down Wo ist das? Schurke Hunter Und ich überlege Wenn ich jetzt mit Empowered Seals spielen würde Die Heals Die wären dann schon Ordentlich Jetzt geh ich aber nicht dahin Da hinten sind Allis Hier nicht Ich halt mich jetzt mehr Wirklich fern Nein, ich bin ja als Kleiner Taurer Vor allem in der Farbe Hier falle ich überhaupt nicht auf Jetzt werden sich ja alle umgebrezelt Ist natürlich auch schlecht Kann man den wegsnipen Yes, kann man snipen Jetzt gehen wir doch in den Kampf Selbstheilen 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 Ja, genau Ach stimmt, dass Über die Glühwein sturmt Ist halt schon sehr praktisch Der heilt Natürlich nicht mehr Das ist abhängig vom Live Der heilt jetzt minimal weniger Aber ich glaube, dass es ein 100 Die der wenige heilt Also das ist nicht der Rede wert Hier können wir noch ein bisschen heilen Echt die Leute hochziehen Das werde ich alles vermissen So wirklich so die Heals raushauen Gucken, wie lange ich das hier noch machen werde Noch greift mich keiner an Da ist was Der Pally ist bei mir Ach, ich habe hier auch 15 hergestellt, oder? Quatsch So, jetzt stimmt das auch Ne, 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 Hunter Komm Gleich mal Richtbruch drauf Wings ab Ich hau mal gleich weg Noch ins dann hinterher Du kommst hier nicht weit Lieber hau ich ihn gleich um Ja, das war ein Fehler Ich sterbste? Ja Nein Egal Gut, das war blöd Hätte ich lassen sollen Ich habe mir gedacht Komm, hau mal um Was soll's Tja, hier 3,5 Millionen Gehalt, ne? Kannst du nichts sagen Geht schon Ist, wie gesagt, nicht die Welt Ich zeige euch nachher nochmal die Statistik kurz Damit das ein bisschen Vielleicht ein bisschen verständlicher wird Mit, äh Mit dem Siegel Das Siegel selber heilt nicht wirklich viel Aber Auf die Gesamtzeit betrachtet Auf mich selber Nicht allgemein Weil allgemein ist die Rechnung etwas anders Wollen wir das Siegel Egerechtigkeit rein Wo ist ne Kugel Da ist einer Oh, der stirbt gleich Wah Werde ich nicht Woll ist ab Okay, kann ich nicht heilen Scheiße, jetzt habe ich einen Kick gefällt Dann stun wir dich jetzt Ich habe das Heilsiegel bewusst drinnen Weil im richtigen Moment Kann ich ihn trotzdem slowen Durch den Judgment Drinnen Ich bin ich nur schön Jetzt stirbt doch eh Trottel Hehehehe Boah, nett schon wieder Sowas Nein, da laufen wir drum herum Wir kriegen ja Charged nämlich Und wir töten ihn Jetzt halten wir uns wieder voll Die Kugel holt keiner Das ist Genial Musst du sie doch selber holen Ja, das war jetzt Absicht Lädt sich ja wieder auf Oh, die Ali ist am stark nachgeholt Die haben nur noch 240 Punkte vorsprungen Ja, dann brauchen wir googeln Zum Schöter Gehen wir an der Backe Jetzt mal Disbuild Genau Purge mich Alter Schwede Ist Patrick mit hier Der ist von uns gut Du Hexer Ich bin ja nicht bescheuert Komm her Kriegst du es dann Und weil ich so nett drauf Kriegst du noch einen Rampage Das war schlecht Genau in die Mitte Das hat er richtig gemacht Oh fuck Voll richtig Nein Was hätte ich gern Keiner mag Hunter Ich hab noch Handauflegung Scheiße Das ging zu schnell Jetzt wollte ich gerade noch mal Handauflegung Gut, okay Aber die Punkte haben es gewartet Jetzt haben wir wieder 280 Punkte vorsprungen Nimmt mal mit Welche Punkte haben wir denn überhaupt schon gemacht? 261 Kann sie sehen lassen Oh Gott, ey Der Heal Ich überlege echt das Ganze mit Empower Zins mal zu spielen Und dann noch vielleicht Segen der Könige dazu Ja, ich hatte ja schon mit Selbstlose Heiler Mit Flügel Und allem Da haben wir gewonnen Genau, habe ich ja Schon auf Leute über 300k Lichtblitz gemacht Das ist natürlich nicht gerade schlecht Ja, ich weiß Das müsste man eigentlich auch sehen können Hier Verursachte Heilung Da ist jetzt hier Siegel der Einsicht mit 4,7% am Ende 200k Aber ich muss ja Es heilt ja nur mich So, und da ist Siegel der Einsicht zwar immer noch am Ende Aber 9,1% Also wir reden hier von 9% von der Gesamtheilung Ähm Ist halt alles Heal, was man hat Und jegliche Heilung wird ja auf 5% erhöht Also Äh Ich kann ja mal Spaß selber hier gucken Damit man das mal sieht Hier Gut, die Lichtblitze 160k ist aber woanders Aber Wenn ich hier Wort der Helligkeit nehme 56k Non-Krit Äh Es sind halt so Kleinigkeiten dann einfach Man unterschätzt das irgendwo Und ich habe festgestellt Wenn Jemand an mir dran ist Und ich kriege ihn eh nicht los Je nachdem wie gut es mir geht Kann ich auch ein Global benutzen Und dann das Siegelgrad wechseln Und im Zerg sowieso Laufe ich mittlerweile Siegel der Rechtschaffenheit Die Gegner sind sowieso geslowed Und im RBG macht man das eigentlich auch Weil es ist Auf Dauer ist das einfach Fickender Schaden Und von daher Nun denn Wenn was sein sollte Ich hoffe es hat euch natürlich gefallen Danke fürs Zuschauen Wenn was sein sollte Ab damit in die Kommentare Auf Twitter oder auf Facebook Und dann sehen wir uns Im nächsten Video Ich wünsche es war's Tschüss